System, zeig mal wie viele Skins, Emotes, Bagblings, Erntewerkzeuge und Spitzhacken du hast, bitte! Oh mein Gott, bist du dir sicher? Also, Emotes habe ich insgesamt 667 Stück. Hängegleiter habe ich insgesamt 439 Stück. Erntewerkzeuge habe ich insgesamt, äh, 953 Stück. Und Bagblings habe ich insgesamt 1179. Jetzt bin ich gespannt auf die Skins. Also, bei den Skins müsste ja echt eine Eskalation sein. Ich scrolle mal einmal kurz durch. Ach, du heilige Makine. Jo, und da habe ich insgesamt 1562, das arme Geld.